Hallo zusammen, mein Name ist Shirin Firat, ich bin 17 und ich komme aus Gladfelden. Ich mache KV bei der Gruppe Mütter und bin im zweiten Lehrjahr. Heute zeige ich euch meine Arbeitswelt. So, wir sind jetzt im vierten Stock in der Unternehmensversicherung. Das ist meine vierte Abteilung seit meiner Lehrzeit. Ich bin im Krankentag alt tätig, ich schreibe einen Brief, Kunden kontaktieren und das Taggeld auszahlen. So, jetzt sind wir an meinem Arbeitssatz angekommen und ich zeige euch heute, was ich hier mache. Mein Ziel seit meiner Lehrerin ist, mehr Kontakt mit den Kunden zu knüpfen. Das konnte ich in dieser Abteilung sehr gut ausführen. Ich versuche den Kunden eine möglichst kompetente Beratung zu geben, damit sie sich bei uns wohlfühlen. Meine grosse Leidenschaft ist Fussball. Ich spiele seit ich vier bin Fussball. Momentan spiele ich bei Grashoperclub Zürich U19. Ich bin auch in der türkischen Nationalmannschaft und bin sehr froh darüber, dass ich die Gruppe Mütter als Arbeitgeber habe. Sie sind mir sehr entgegenkommen mit verschiedenen Vereinbarungen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich einen Betrieb gefunden habe, der Talente wie mich unterstützt. Wer kann mir erklären, was die OKP ist? Wir sind da gerade in einer Schule und ich finde es gut, dass die Gruppe Mütter einen Turnus hat, weil man alle sechs Monate Abteilung wechselt. In jeder Abteilung hat man einen Praxisausbildner, der spezialisiert ist. Dazu kommt, dass man zweimal im Jahr Übung hat und verschiedene Branchenkundenkurs. Entschuldigt mich, ich muss weiter zuhören. So, jetzt muss ich ins Training gehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick auf meine Arbeitswelt zeigen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei den Gruppe Müttern bewerben würdet. Da wartet eine spannende Ausbildung auf euch. dieser Jörg